Herzlich Willkommen zu den Maxtube Highlights 2016-2017. Genauso überrascht wie in jedem Jahr stellt man plötzlich fest, oh, das Schuljahr ist zu Ende. Und es verging wieder genauso schnell wie im Jahr zuvor und die Ereignisse überschlugen sich förmlich. Und dann klopft es an die Tür und wer steht da? Die Abschlussprüfung. Wir von der Redaktion hoffen, dass es für alle Schülerinnen und Schüler ein erfolgreiches Jahr war und natürlich auch für alle Kolleginnen und Kollegen. Einige Highlights möchten wir nochmals kurz in Erinnerung rufen. Selbstverständlich war unsere Schule auf dem Marktplatz Ausbildung im September in der Hessenhalle vertreten. Diese Messe wird von der MES regelmäßig genutzt, um über unser breites Ausbildungsspektrum zu informieren. Ein Heimspiel ist der Aktions- und Infotag. Wir öffnen unsere Türen und viele Besucher, ob nun Schülerinnen und Schüler sowie Eltern oder einfach nur Neugierige, kommen, um sich vor Ort ein Bild von unserer Schule zu machen. Der Karosserie- und Fahrzeugbau erhielt eine CNC-Plasmaschneidanlage von der Heinz- und Gisela-Friedrich-Stiftung. Mit dieser Hightech-Anlage ist eine Ausbildung auf allerneuestem Stand garantiert. Schon zur Tradition geworden ist wahrscheinlich der kleinste Weihnachtsmarkt Europas im Foyer der MES. Bei frischen Waffeln und Plätzchen und einer Weihnachtsbude verbreiten die Schülerinnen und Schüler gemütliche Weihnachtsatmosphäre in unserer Schule. In die Karnevalszeit gehört das Volleyball-Turnier der MES. Gute Laune und sportlicher Wettstreit stehen für diese Veranstaltung. Auch ein Lehrerteam ist stets am Start bei diesem beliebten Event. Besuch aus weiter Ferne hatten wir, als ein Mädchenchor aus der Stadt Binshu in der ostchinesischen Provinz Shandong ein kleines Konzert in der Aula der Max-Eitz-Schule gab. Begleitet wurde der Chor noch von einer Delegation ihrer Heimatstadt. Friedhelm Walter wurde im Februar neuer Schulleiter der Max-Eitz-Schule. Helmut Reitschki, der stellvertretende Schulleiter, freute sich sichtlich darüber, da er ein Jahr lang die Schule promissarisch führte. Für die Bau- und Landmaschinen-Mechatroniker war der März ein guter Monat. Ihr Fuhrpark wurde um eine Heuballenpresse und einen nagelneuen Traktor im Rahmen der Ausstattungsinitiative des Landkreises ergänzt. Sie ist auch hier weiterhin die Ausbildung auf modernstem Stand gewährleistet. Die Fashion Week im Vogelsberg oder einfach die Modenschau in der MES jährte sich zum 15. Mai. Die angehenden Modeschneiderinnen und Modeschneider richten diesen Event aus. Die professionelle Umsetzung dieser Veranstaltung begeistert die Zuschauer jedes Jahr aufs Neue. Die Young Americans im Haus zu haben, bedeutet Musik, Tanz, Power und viel Spaß für alle Mitwirkenden des dreitägigen Workshows. Die Young Americans studierten mit den Teilnehmern ein Showprogramm ein, welches am letzten Abend in einer beeindruckenden Aufführung präsentiert wurde. Auch der MES-Cup ist zur Tradition geworden. Bei diesem Fußballturnier am Ende des Jahres traten verschiedenste Teams aus unserer Schule gegeneinander an. Bei schönem Wetter wurde fair, aber ehrgeizig um jeden Ball gekämpft. Gleich drei lange Wegbegleiter aus der MES-Familie gingen in den Ruhestand. Nach über 30 Jahren Tätigkeit an der Max-Eidt-Schule wurden die Kolleginnen Birgit Zinzer und der stellvertretende Schulleiter Helmut Reitschki aus dem aktiven Dienst feierlich verabschiedet. Ebenso in den Ruhestand ging die gute Seele aus dem Sekretariat Frau Rabe, die viele Schüler aus dem Infopoint kennen. Wir wünschen Ihnen eine schöne Zeit mit den abschließenden Worten Jetzt geht's erst richtig los. Dies waren die Highlights des vergangenen Jahres. Maxtube wünscht allen schöne Ferien und im nächsten Jahr sind wir wieder dabei, ob Short Reports oder News. In diesem Sinne, das Wetter. 秋 Film 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 Film